Hallo, Grüße zum Witz des Tages. Heute ist der Beamtenwitz. Kommen wir jetzt nochmal weit. Hallo liebe Leute, wir sind jetzt da. Ich war es jeden Tag. Heute ist der Beamtenwitz. Und zwar ist der von Robert Gaglia. Und der hat mir den Witz zur Facebook-Geschichte auch. Und der hat mir jetzt so, treffen sich zwei Beamte während der Arbeit auf dem Flur und fragt der andere zum anderen, Na, kannst du auch nicht schlafen? Treffen sich zwei Beamte während der Arbeit auf dem Flur und fragt der andere zum anderen, Na, kannst du auch nicht schlafen? Schlafen und Erklärung. Im Volksmund heißt es, dass der Beamte während der Hälftezeit bei der Arbeit schlafen, weil sie nichts zu tun haben oder weil sie nichts zu tun wollen. Und nachmittags feiern den Geburtstag und da schlafen halt. Und dann während der Arbeit kommt der andere zum Flur und fragt, Na, kannst du auch nicht schlafen? Ach, weil die gerade wach sind. Okay, so, kann man wieder umgehen.